Ja, ein Haus in Pirna unter 300.000. Ist das möglich? Kommt einfach mal mit rein. Ja, hier sind wir im Wohn- und Essbereich angekommen. Das zeichnet sich vor allen Dingen durch ein offenes Wohnkonzept hier aus. Mit einer Einbauküche, einer sehr hochwertigen Einbauküche mit Steinplatte, einem Weinkühlschrank und der wunderschönen Terrasse mit Blick ins Grüne. Und ja, hier geht es auch schon nach oben. Hier sind wir im ersten Obergeschoss angekommen. Hier gibt es zwei Schlafzimmer und ein wunderschön saniertes Bad, auch in 21 modernisiert, mit indirekter Beleuchtung und verbauten Regalen. So, jetzt zum Dachgeschoss. Hier befindet sich ein großes Elternschlafzimmer mit Einbauschränken. Sowie einem weiteren Kinderzimmer und außerdem weitere Abstellfläche und im Spitzboden, der auch ausgebaut ist. Wenn euch das Haus gefällt, fragt gern bei uns an und wir vereinbaren einen Besichtigungstermin. Sieg und summen.